ARD Text im Auftrag von Funk ivorgita Was für ein Dune ist hier, Alter. Unglaublich. Schöne orange. Der auch noch. Was kann die denn? Der wird gerade hart hinladen. Na komm, wir sind hier. Ach so, das ist hier. So. Der ist doch schick. Und ja. Okay. 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 Hallo Schwager. Okay. 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 Was? Was? Sie kontrollieren, ich bin bei Kira-Charn. Nein, ich bin nicht an mir. Nein! Äh... Gar nicht. Nein, es ist... Ja, 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 ja! Kommen rein! Alliierte Truppen nehmen sich, Bravo reißen Sie! Feindliche Verbände haben ein Ziel immer noch! Kontakt! Wir haben den Feind angegriffen! Usi, vielen Dank! Wow! Alter Schwede! So, hab ich wenigstens das Ding hier mit? Ja, hab ich! Na warte! Das hast du nicht umsonst gemacht in dein Gesicht! Gehackt hab ich den! Damn! Hä? Was? Was soll das sein? Panzer oder was? Wir greifen bei Bravo 1 ab! Ja ne, Dude! Du bist nur in meinem Team, brauchst du mich nicht wieder im Leben! Oh, ey! Es ist so schön, wieder kompetente Team mit dir zu haben, ey! Mach so viel Freude, kann man glatt kosten! 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 Ach, diese Map mag ich übrigens ganz ganz da. Ah, ah, Trottel. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Dafür ist das Ding hier ja zu viel. Super. Ich bin nicht so gut. 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 Die Streuung hat mich getötet. Aber PSOI-Kill ist doch gar nicht mal so schlecht dafür. Was ist denn da wieder los? Ich bin hier nicht alles. Ich bin doch bei A1 gespawnt, warum bin ich denn 5 Kilometer... Oh, was ist das? Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Ich weiß nicht, ob die uns hier noch halten. Aber ich bin frisch mit mir angeholt. Das ist doch eine Fahrt wie letztes Mal, ne? Ich guck mir das lieber von hier hinten an. Ja, fahr erstmal gegen Panzer, ist okay. Ja, den gegnerischen Panzer mit deinem SUV zu tun, ist gut. Das ist so. Na ja, gut. Das ist so. 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 Ach, die mit ihren ganzen MPs. Die MPs sind hier eh viel zu groß überpowered, ey. Aber gut, äh. Die Russen besetzen Bravo 1. Warum denn hier unten? Ich bieße den Norderen Ressourcen auf, um im Spiel zu bleiben. Wir haben Sektor Charlie. Einige unserer Truppen kümmert sich um Bravo 1. So, darf ich jetzt nicht... Oh, ich bin mal auf dem Schiff. Nein, jetzt bin ich noch runter. Stopp, wer läuft? Unfall dazu. Die Hasen Sektor Charlie besetzt. Alliierte Truppen nehmen sich Bravo 1 vor. Oh, da ist ja alles gut. Dann nimmt man den AK, dann sind die wieder 4000 Kilometer weg. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Sie haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Gibt es denn keine Mitspieler hier, oder was? Ach, er ist echt hier oben drauf. Charlie, Ziele uns noch von vorne. Sektor sicher. Sektor sicher. Warum tut er so? Ach, wer soll ich jetzt haben? F吼! Es ist so unglaublich, Alter, ey. Boah, könntest du, ey, dann sind da Marmets da und dann gammeln die einen nur vor der Sicht rum, ey. Da ist der Schütz, der wurde abgegriffen. Wir sind schon auf Halbweg nach Hause. Hallo, Sipa. Ruhem, dass du da bist. Wir greifen eines unserer Ziele an. Wir haben alle Sektoren angenommen. Sie dürfen nicht gut fassen. Ja. Wir haben alle Sektoren angenommen. Wir haben alle Sektoren angenommen. Wir haben alle Sektoren angenommen. Wie geht's denn dir selber? Wir haben alle Sektoren angenommen, hier. Die Russen haben Sektor Alpha. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub, super lieb, vielen Dank für deinen Support, das freut mich super, super mega viel, toll. Echt klasse, vielen lieben Dank, aber meine Cam ist, ich hab jetzt mal den USB-Port tatsächlich gewechselt, bis dato macht meine Cam keine Faxen, das freut mich sehr. Ach, ich muss mal jetzt hier langsam, chill. Oh, ich. Oh, Headshot, kein Headshot, verdammt. Oh, dafür, dass es nur eine mittlere Distanzwaffe war. Na, da macht sie halt nicht den Schaden, na? Okay. Oh, 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 ich wurde, wir stehen auf Zeichen und Wunder. Aber nee. Ja, wer kommt denn da von der Seite? Moment. Moment. Na, na. Und? Muss ich mich da so angucken? Trost. Ach, Leute. Alter. Von allen Seiten, was macht der Mensch hier? Bravo 2 unter russischem Geschoss. Weil Backend-Server could not be found? Weil, wenn du Dings hier versuchst zu installieren oder was? Battlefield oder was? Ach, ich sehe aber gerade, ey. Twitch hat mir auch wieder einen tollen Server zu diesem 9% Verlust. Oh, ist das gut. Aber gut. Ach, wieso starte ich den hier unten? Na. Einige unserer Truppen kümmern sich auf Bravo 1. Doch, heute noch. Nein. Komm. Gewonnen! Neeeee! Ich starte oder drücke? Ah, ich zum Starten und komm nicht weiter. Ach man, das ist zum Kotzen. Ich hätte halt so, so Bock, dass mit einem... Eigentlich mit einem 4er Team, das wäre so richtig genial, ey. Ja. Seitenwaffen-Kills 1. Ja, Mann. Ja, das glaube ich dir selber. Ja, mir geht's soweit recht gut. Ja. Ist ein bisschen warm. PC hat Mucken gemacht. Lief alles nicht ganz so wie gewollt heute. Bisher, aber... Kann ja nur Webber werden, ne? Neu gestartet. Ach, hast du auch schon? Scheiße. Verstehe ich nicht, warum... Ach, okay. Meisterschaft Rao. Okay. X-Mesh-Triegebied. Hm. Das sieht cool aus. Zeig mal hin. Schlangenbiss. Affenskin. Ach, hau rauf. Guck mal. Hast ja nichts. Ich bin weg aus der Küche! Ja! BB! Hast du alles gleich gespachtelt? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wie sieht's aus, lieber Flo? Ach so, denn... Guten Appetit! Ich weiß, es kann gar nicht so gut sein wie meine Bolo, aber... Und... Leute! Ach, gut. Äh, wir haben... In... Exakt einem Level haben wir die... DSV. Das ist irgendwie, äh... So eine Waffe, die, äh... Hat schon... Serienmäßig sozusagen... Einen Schalldämpfer drin. Ist ein Automatikgewehr. Sobald ich das weiß. Und, äh... Die soll ziemlich, ziemlich stark sein. Und die spielen auch ganz, ganz viele Leute. Und... Wenn ich halt auf irgendeinen mit dem... Kackteil trefft, dann, äh... Machen die halt sehr schnell auf. Ein Kampf! Weißt du... Flo! Das... Achja, du kannst ja keine Bilder rein schicken in den Stilen, ne? Ja, so sieht schon nicht schlecht aus. Ich hab nämlich grad... Oh, kann ich ja mal vielleicht zeigen? Mal gucken, ob man das so... Na ja, die Farben ein bisschen... Aber... Das ist... Bloß Volo grade! Wie gesagt, einen... Gesegneten Appetit wünsch' ich dir! Die ist komplett fertig gekocht! Die ist komplett fertig gekocht! Ah ja! Ja, da... Nicht komplett fertig gekocht! Komplett selbst! Na gut! Aber ich... Ich wage jetzt... Bezweifeln, dass sie... Geschmacklich trotzdem an meiner rankommt! Weil... Wenn ich mich auch nicht mit vielen brüste, aber mit der... Meiner selbst gemachten... Volo... Da bin ich schon... Glückwunsch! Glückwunsch! Stolz dran! Siehste, die Große zeigt auch Daumen hoch! Also... Hol's mal! Die ist nicht komplett selbst gemacht! Aha! Gut! Denn da haben wir... Jetzt haben wir's an! Ey, Typ! Alter! Wer so ne Mates hat... Komm! Steig da raus! Komm! Schau! Platz vorne! Stehen unter Bischof! Da ist aber schon da hinten noch alles! Ah! Wir fallen gleich auseinander! Nee, danke! Du kommst! Die Weißen der Tose Schlachtfelder! Atti! Stutt! Rauschen! Komm hier! Hier ist ein Bullumteckung, gell? Und da kommt Panzer! Ja! Ja! So, komm her! Hallo? Hallo? Hä? Wir haben die Kontrolle über alle Sektoren. Wir haben das eben so. Als wir nicht hacken können, wird halt abgeschossen. Alter! Er hat meine Treppe gekocht. Ne, die Treppe ist neu. Wo ist denn das Kackteil? Ja, ja, ja. Da! Ne, Kack, MP! Alter, das ist doch... Das hatte ich schon gelesen. Ja, aber du kannst mir doch mal die Zutaten, oder ich sag dir die Zutaten, die in meiner Bolo drin sind, und dann sagst du mir einfach mal, was da nicht rein kann für dich. Und dann koche ich die halt ohne entsprechende Zutat. Und dann können wir mal... Dann kannst du auch mal richtig geilo Bolo essen. von mir jetzt. Daher nicht, dass deine nicht gut wäre, aber... wie gesagt... Oh! 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 Ich kann das Ding jetzt. Alter, dass die immer 4 Milliarden von diesen Abwehrdingern haben, ey. Jetzt sitzt da wieder einer irgendwo. Kack. Er bitte Lagezusammenfassung. Die ersten Operationen sind vielversprechend. Wir halten Ziele. Ja eben, also wenn die Nudeln das Problem sind, da kann man ja einfach entsprechende Alternativen machen. So, ähm, ich hab jetzt gar keine Überblick, die da nie dort ist. Ah, wir wollen also, ah, eine. Oh, scheiße! Ich war da da vorne! Ja. Danke. 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 Noch eine Handvoll sind vorne übrig. Wir kontrollieren den Unfall des Gebietes. Wir haben eine gute Idee gesichert. Rektor Charlie unter Kontrolle. Ah, Wannabey. Wannabey, gehst du bitte jetzt dann ins Bett? Gehst du jetzt bitte ins Bett? Wannabey! Ja. Das war's für heute. Wir werden ihn eingenommen. US-Druppen greifen eines unserer Ziele an. Gehen wir mal zu Delta. Wir waren in der Flüge zu suchen. Wir fangen auf zu Ende des Lücken. Die Flüge sind zum Beispiel zusammen. Sie sind extrem fashion. Und als Sie es sehr angenehm sind. Da sind ein Rund vorzummen. Der Flüge ist dasen mit einem Stabrück. Wieso? Ich hab doch springen gedrückt, wieso häng ich denn immer noch in diesen Kacken? Sanitäter! Ich brauch nur Sanitäter! Ich brauche Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Wir kontrollieren die meisten Sektoren der Schlachtel. Unsere Brustenreise ist elter einsam. Wir haben den Sektor elter erobert. Wir haben zu hohe Verluste! Würde ich Sie? Das war's für heute. Einige unserer Truppen greifen Ziel Bravo 2 an. Wir haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist er denn für ein Hoden, Alter? Sorry, aber... Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. 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 Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. Aufschluck mal. Wir haben schwere Verluste. Truppenstärke halbiert. Eines unserer Ziele wird angegriffen. Ich schau mal die Steps an. Warte, ich warte. Das ist 80 Euro? Nein. Die Deluxe Edition kostet vielleicht 8 Euro. Spielen selber kostet keiner. Spielen selber kostet keiner. fathers sind name dikkat major. Wir haben Vector Delta komplett eingenommen. So sieht's doch aus. Eines unserer Ziele steht unser Beschuss. Eines unserer Ziele steht unser Beschuss. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebietes. Sektor Charlie wurde gesichert. Die US-Verbände sind geschwächt. Sie sind fast besiegt. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Ja, scheiße, wa? So. Irgendwo in der Felswand sitzen und runtersniben. Das sind die richtigen. Dann jetzt schon wieder. Aber den hab ich doch schön aus der Wand gekratzt, oder? Das war nicht schlecht, ey. Muss man eigentlich mal klippen. Was ist denn da los? Wenn er weit genug zurückgeht. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Könnt... Kann mich mal einer von diesen... Danke! Alter! Unglaublich, ey! Guck! 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 Ja, aber jetzt ergibt es auch Sinn mit dem Backend-Server. Ja, aber das muss ich nachher nochmal googeln, das kann ja nicht sein, die Deluxe Edition kostet gerade 80 Euro, das kann ja nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Ja, das kann ja nicht sein. Oh, was haben wir denn da, Schickes? Die, die schmeckt doch. Bin bereit, wenn ihr es seid. Das tut ja schmäcki-mäcki. Mäcki-mäcki-flecki. Oder plecki. Du bist so eine Pfeife-Cookie, ey. Aber es hat mich auch keiner mal trinkt. Erinnert mich mal bitte dran, dass ich mir Stream-Elements angucken muss. das so eine abgesprungen jetzt jetzt wo das ding hier abgeknallt ja 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 alles wird verletzt kleiner als er kleiner als die größer als ein kleiner als k größer als ein kleiner als ein kleiner als die größer als ein kleiner als die größer als ein kleiner als ein grösser als ein gesicht ja selber ich weiß nicht ob du es gerade gesehen hast aber ich hatte gerade einen lustigen kill vorhin habe ich einen röchtigen sniper aus einer pelswand rausgepfeffert das war auch sehr lustig also momentan habe ich doch recht spaß muss ich sagen das kann man wohl so sagen zu weit weg der ohne panzer und 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 Granate zwingen. Schade. Nice. Also Flo, dafür gibt's. Sehr, sehr flach. Sehr flach. Ach, guckt euch das doch mal an. Das Ding ist doch jetzt schon wieder durch. Ah, ich war nur mit Schnappung gleich. In dir steckt noch ne Menge Leben. Ja hier, mach mal. Komm. Ah. Gibt er da einem Dreck, der Kleine. Eines unserer Ziele wird angegriffen. Was? Jawohl. Was? 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 Ach, Mann. Wir haben Verbundete! Okay. Unsere Tuchenrafe im Ziel verloren. Unser... Wie lautet unsere Stattung? Hüfte. Was machst du denn hier schon wieder? Wir müssen ratschwer Ziele sichern. Ist okay. Nur ein bisschen mehr. Okay. Danke. Wir greifen in Charlie 1 an. Guck mal. Wenn man zusammenläuft, dann kann man so'n Fatsch nämlich machen. Tschüss. Okay. Geht da. Hast du schon wieder? Ey, der Typ liegt doch nur rum. Wir verlieren das Ruf. Gegner am Boden! Läuft! Diese Bergflanke. Die verteilen wir hier. Ah! Boah! Schade! Es liegt so gut! Ja, die Granate, die war auch episch, ne? Das muss man ja mal so sagen. Ja, und was macht unser Team-Mate, das wir dreimal wiederbelebt haben? Sterben. Wie geht's? 100! 100! 4! 4! 0! 0! 0! 0! 0! 0! Aber wir schießen doch, haben doch hier an dauernd Gegner abgeschossen, ach. Das Ding ist immer noch am, ähm, erobert werden von ihm. Der Feind hat Sektor Bravo vollständig eingenommen. Beginn Belagerung von Charlie 1. Tja, die komplette Map. Charlie 2 ist verloren. Alter. Oh Gott. Ziel gesichert. Ach, der Floor. Yeah. Sag mal. Meine Teammates hier sind aber auch so genial. Ja, ja, ja. Verbindet deine Trommel! Ah. Da, ich bin ja ein. Ach. Oh! Eh, Motto! Jetzt kannst du hier mal eine Kanalwette machen. Trifft mal, wie es jemals mit einer Granate in Battlefield ist. Na klar. Ich muss mir mal ein bisschen ausruhen, hier ein bisschen rumliegen. Ist doch hier... Oh, hallo. So, hier schönen Palmen und so'n Gedöns. Toll, Affe. Wo kommt er jetzt wieder? Ach, die gute Kakerlake. Kakerlake. Alter. Lass mich doch hier wenigstens verweck, ey. Weibliche Streitkräfte bei Charly 1. Truppenstärke unserer Einsatzkommandos bei 50%. Die können die nicht auch irgendwo vom Auto rumstellen oder so. Oh, hallo. Ja, er guckt da halt unter das Haus. Ach, das ist unglaublich. Nein. Sie verlieren viele Ressourcen, aber wir müssen sie weiter schwächen. Oh, ich wurde nicht verweckert. Ich wurde nicht verweckert. Bli. Bli. Scheint. Ja, bitte. Sondern. Eines unserer Ziele steht unser Beschuss. Verstanden. der nächste one da ah she's in Wir haben uns hier gesichert. Unsere Tropfen haben Sektor Charlie erhobert. Verhindern das die US-Truppen, alle Sektoren erobern. Verbündete Einheiten, sicher Ziel Bravo 1. Mach gemacht, guter Herr. Ja. Brian. Wow. Okay. Erstmal mit dem Ding von Science Board. Das ist immer gut. Okay. 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 Das ist doch schon wieder so ein komisch Dachttypi. Wir haben ein Ziel gesichert. Wir halten Bravo 3 nicht mehr. Jetzt haben wir Bravo 2 eingenommen, da bin ich... Jetzt ist Bravo 3 wieder dran. Das ist doch immer leid. So. I will twirl the town. So. 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 Er hockt da auch wieder auf dem Dach rum. So. 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 Die mit ihren MPs, Alter. Die MPs sind hier echt super bepowert. Charly 2 steht unter Beschuss. Wir greifen Charly 2 an. Sektor Bravo vollständig gesichert. Das zieht halt immer wieder an. Charly 1 gesichert. Charly 1. Charly 1. Verhindert das US. Alle Ventoren erobern. Hallo? Die Hälfte ihrer Ressourcen ist verbraucht. Wir greifen Charlie 1 an. Verbündete am Boden! Was ist denn das? Es ist schade, naja, komm, aber man kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Beginn der Lagerung von Charlie 1. Was ist denn das? Was ist das? Ach ja. Was ist das? was ich bin so groß ich bin so klug ich bin so klug ich bin so klug ich bin zu klug zu der position dort vorrücken U.S. Truppen greifen eines unserer Ziele an. Achso. Sektor Alpha ist jetzt unter Feindkontrolle. Unsere Niederlage hier ist unvermeidbar, aber wir können diesen Verlust ertragen. Schatzi, du könntest aber mal einen Battle Royale einlösen. Du hast aber eh genug Punkte. Oh, die Fido hat einen Battle Royale eingelösen. So, fliegen wir dann auch gleich mal los. Und dann geht's los. Ja, in der Mitte Silber, gibt mir gleich einen mit. Rechts, Camp Moto und Filo. Cookie kommt gleich hier in der Mitte. Und kriegt da mit Filo und mit mir zu tun. Der Flo klopft auch nochmal kurz auf die Filo. Jetzt kriegt Cookie wieder Sandwich mäßig auf die Glocke. Und noch den Rest von mir. So, und dann haben wir in der Mitte Moto gegen Silber. Silber geht der Geschwächter, aber geht Moto gleich hinterher. Der gibt Filo eine, kriegt aber auch von Silber eine. Das ist One-Hit. Gibt Filo aber noch eine, die das gar nicht interessiert. Rechts hat ich einen guten Blow-Background. Die Filo hat den Moto, die killt ich. Ich hab fast Full Life. Ach nee. Silber ist ja noch da. Ja, jetzt nicht mehr. Und dann, GG's. Oh, und da haben wir sie. Die BSV. Lass mal auf da hinten, ne? Oh, ich bin so ziemlich steckig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 noch hinter mir wieso kontakt oh kann den ach ey die reichweite von diesem Heckgedöns ist so ach komm da mein Gott so ok wie schaut es denn hier aus jetzt eines unserer Ziele steht unter Beschuss ziele gesichert ok es sind doch schon wieder nur Gegner hier wir kontrollieren die meisten Sektoren des Flachtfeldes wir wurden von einem Ziel verjagt amerikanische Truppen haben ein Ziel gesichert ja ha 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 unsere Truppen attackieren bravo 1 die US Verbände sind geschwächt wir sind fast besiegt oh was 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 der den 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 der wird der den und das Die Mitarbeiter-Villa, für Mods, etc. mit Wölfe und so, ist ja auch schon im Bau, wenn man ein Schwitschmeer hat, ist ja nicht. Wölfe, 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 Wölfe! Wölfe, Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe, Wölfe! Wölfe, 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 Wölfe! Wölfe, Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe, Wölfe! Wölfe, 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 Wölfe! Wölfe, 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 Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Wölfe, Wölfe! Oh gut, da könnte ich ja dann eigentlich mal zoomen. Die hatten nur die beiden bisher. Dann können wir ja noch neun hinzufügen. Fragt das eine Zebra zum anderen Zebra? Na du warum bist du nicht so platt? Ach du bist ja dumm bin ja kein Zebrastreifen wie du Kappa. Ja. 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 Kann man die nicht auch noch... Ja, aber so gefällt mir das schon eher. Ja. 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 You're making me stronger, making me stronger Stay a bit longer, you're making me stronger Making me stronger You're more stronger You're more stronger You're more stronger Ruhigpro of umpro Okay, machen wir Diese Bohrenlage ist wichtig für unsere Energieversorgung. Verteidigt sie mit allen Mitteln. Behindert, dass die Amerikaner die Sektoren sichern. Wir haben nicht viele Leute. Lasst sie ausfluten, um zu gewinnen. Euer Transporter erwartet schon. Akan 65. Er leitet tot ins Match. Annen Sie sich zurück. 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 Ok, ich muss mal sehen. Großartig ins Kino. Wir haben die Kontrolle über Alpha 1 verloren. Ja, komm, Alter. US-Druppen haben diesen Sektor übernommen. Zieht euch zurück und formiert euch im nächsten Sektor neu. Software läuft. No pass, zurück in den Kampf. Damit euch hier. Schützt eure neuen Ziele. Komm! Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich ja gar nichts. Jaaa, E-VIL-SUPER-SMOKE. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Ja, Nanashi. Legendary no aim. Oh my god. Anker. Ja. Wird schön auch machen. Okay. Okay. Er will da oben. Den Typen da oben, den hole ich mir. So nicht. Das kann er sich ja wohl mal dezent abschieben. Nein. Doch nein. Okay, du kleiner. Na, was denn? Was denn, was denn, ne? Jaaa. Äh, son. Kleiner. Wartein. Ja, wiedergelebt. Das ist gut. Ja, oh ja. Oh, Mann. So. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Das ist gut. Jaaa, das ist gut. Jaaaa, blablabla. Möbel. dass ich schon um die Ecke war oder so. Ist okay, ist okay. Mann, diese Helikopterscheiße nervt, alter. Meine Fresse, ey. Wir haben die Kontrolle über Alpha 1 verloren. Rutscht doch einfach aus der Deckung. Wie kann man so schwuchtelig spielen, jetzt mal ganz ehrlich? Also diese Map mit Durchbruch macht so viel Spaß. Entweder irgendwelche Camperfratzen, die auf irgendwelchen Krämen sitzen. Oder irgendwelche Scheiß-Helis hier so einen aus 4 Milliarden Kilometern abschießen, ey. Oder direkt übereinfliegen und einen dann wecknallen. Ja, klar. Oh. 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 Hier, geraten wir uns ein. Schützchen wir in Ziele. Hier, geraten wir uns ein. Ja, nun belebt mich doch wieder. Es ist ja nicht mehr ganz frisch in der Birne, oder was? Schade, dass es kein Friendly Fire gibt. Das ist ja nicht mehr ganz frisch. 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 Wir wurden von einem Ziel verjagt. Eines unserer Ziele steht unser Beschoß. Das ist ja nicht mehr ganz frisch. Entspanieren? Ja, das ist ja nicht mehr so. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Das bringt hier mal richtig Spaß mit. Alter, was ist denn mit den Typen los? Ich bin drin! Ich bin drin! Wir haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Unsere Taktik zeigt erste Erfolge. Die feindlichen Kräfte werden schwächer. Was war das denn jetzt? Ja. Dreh hier langsam durch, ey. Das ist wieder dieser Ghost-Typ. Oh ja. Was ist jetzt? Man spawnt drittot! Hm? Klar, klar. AK24. Ja, im Arsch AK24. Ey, also langsam geh ich echt enrage, ey. Oh, eine abgefuckte Rotze hier. Unsere Truppen haben Bravo 2 erobert. Dann machen wir jetzt halt mal wie die Affen und campen einfach irgendwo am Arsch der Welt und schießen einfach runter. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Wie? Hä? Ein Ziel wird beladert. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Was ist denn jetzt hier los? Neuer Tango, Solo, auf 100 Grad. 40 Meter von mir entfernt. Naja, du bist ein ganz großer Dich. Das ist dieser Pisser. Das ist genau dieser Pisser, der sich überall raufsetzt und einfach nur dumm kämmt. Kleiner Ratten-Gesicht, Alter. Genau. Unsere Truppenrücken zur Bravo 2 vor. Das werden ich nicht vergessen! Rutscht um eine hintere Markierung vor! Kommandos, der Fall hat die Hälfte seiner Ressourcen verschliffen. Einige unserer Truppenreifen ist hier Bravo 2 ab. Jetzt raus. Jetzt raus! Jetzt raus, jetzt raus! Kaffee! Teufel! Das ist unser Gewichtes! Ja ne, das ist ja Jetzt kommen die wieder Panzern an Fassensdorf Ach mann Na Ghost, campst du wieder irgendwo, du Arschloch? Kleiner Pissei Hold Ja 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 Vom Ping fällt der Typ nicht um, du Ach beide Mann Wir sichern Ziel Bravo 2 Unsere Truppen rücken zu Bravo 2 vor Unsere Truppen haben Bravo 1 besetzt Ja 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 Wir haben ein Schritt angegriffen. 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 Ich wusste, dass das unser letzter Punkt ist, ne? Ach, Durchbruch kannst du doch vergessen, Alter. So ein Scheiß, ey. Ohne Witz. Gute Nacht, Schatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ist er, Schatz. Los, abmarsch! Los, abmarsch! Los, abmarsch! Mal gucken, wie die Runde jetzt läuft, ansonsten geht's ins B.U. Einem wird Hand gespielt. Mal gucken, wie die Runde. Ein Erdrutsch in den Rocky Mountains hat uns Einblick in Black Ridge gewährt. Was wir dort gesehen haben, ist eine direkte Bedrohung. Eine Waffe, die wir nicht dulden können. Die heutige Mission ist wichtig. Ihr begebt euch mit Russland-freundlichen Verbänden zur Phase... Ach, der krank schon wieder. Bringt das in Ordnung. Euer Transporter wartet schon. Oh, jetzt ehrlich... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cameraman raus! Wir haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Unsere Truppen halten jetzt nicht nur bravo. Wir kontrollieren die meisten Sektoren in Schlachtfeldern. Dürfte ich auch sehen wo? Neu? Okay. Kann doch! Ey! Jemand müsste helfen! Feindpräsenz bei Bravo 2! Wir haben gerade Sektor Dächer übernommen. Bis zum nächsten Mal! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind 99 Prozent. Das macht mich hier nicht werfen. Treibheilkuchen. Spass, spass, spass. Spass, spass. Spass, spass. Spass, spass. Spass, spass. Spass, spass. Keine haben Schnellziele eingebaut, wir hängen hinterher. Okay, so. Genau, oh. Sorry. Ich verhindere, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Sie haben Sektor Alpha komplett eingenommen. Stimmt, ich seh den ja auch nicht klar und deutlich vor mir. Alter. 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 assemble. lobệ��zn Ich bin bereit eingenommen. Das war's für heute. hey der hat auch nichts anderes zu tun alter danke du kann ich leider nicht wiederholen ich verhindere dass die us-truppen alle sektoren erobern wir haben dektor charlie eingenommen wir sind bei 50 prozent schlackkraft 4 bravo 1 sind angegriffen wo sind denn meine ganzen team ja es wollen mich doch am ende anderen ende der map ist okay eines unserer ziele ist hallo Geht das hier nirgends wo rein zu dem Kackding, ey? Ey, ich spawn bei B2 und ich laufe jetzt immer noch dahin, das ist doch... Das ist ein EBR Wildcat, bitte! Wir haben ein Tier gesichert! Das ist ein EBR Wildcat, bitte! Was steht denn da für'n Ding? Eines unserer Ziele steht unter Beschuss! Er ist da mit dem Kackteil da halt reingefahren ey, ist klar! Bravo 2 unter amerikanischer Kontrolle! Wir verhindern uns nur instrumentale Sektoren erobern! Eines unserer Ziele wird angegriffen! Die Ziele gesichert! Sektor Alpha unter Kontrolle! Der hat mein Ziel verloren. Wieso ist die denn jetzt nicht weiter geflogen? Was? Ja, Mann, Alter! Okay. Ja, ich will sterben. Ähm, riecht einen fast nicht auf, der... Die Hälfte ihrer Ressourcen ist verbraucht. Einmal nur nicht mit vollkommenen Horst, Alter! Ja. Also, ja, den Knopf zu drücken ist auch zu schwer. Ich meine, ist verständlich. Sie haben die Kontrolle über Bravo 2 verloren. Sie kontrollieren den gesamten Sektor Bravo. Welche Raketenstreffer? In die Endgeräte brauche ich nicht! Gute Treffer! Er ist in der Erdbebeleidung! In der Erdbeben! Ich glaube, ich liebe die Leute. Ich bin der Mann, die Mann ist nicht so weit. Mann, fast nicht lenken. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die sich alle möglichen Fahrzeuge machen können, ey. Und wir haben halt immer nur scheißige Manker. Ja! Ich habe Glückwunsch zu den Slots schätzen. Ja. Ich bin so geil zu laden die Dinger, äh zu fliegen die Dinger, ey. Ah, jetzt kommt da auch noch wieder so ein Teil. Ich bin so geil. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, das macht sie noch gefährlicher. Ja. Ach, schade, aber das... Was ist denn... Was haben wir noch gewonnen? Haha, wie dafür. Krass. Wir haben gewonnen. Oh, danke, Schatzi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wie haben wir das Ding denn jetzt noch gewonnen, alter? Krass. Moja hat auch noch ein Battle Royale eingelöst, sehe ich gerade. Ah, frech halt sowas. Nicht mal ein Kopfgeld, ey. Was ist los? Er wird erstmal gebattle royale, Maujo sich gekäuft, dann wird das auch gemacht hier. Ist ja auch ein überschaubarer Aufen. Klassisches 4 gegen 4. Ich hab ein neues Visier. Nice. Das werden wir uns gleich mal angucken. Was auch immer für die Fische da neu war, weiß es nicht. Mal gucken. So, ja, hier rechts legt sich Mojo gleich mit mir an. Links mal ein Filo und der Cookie das unter sich auch. Aber der Mojo schnappt sich da gleich wieder ein Medikit. Und der ist wieder voll, kriegt dafür aber gleich wieder einen, teilt aber auch einen aus. Aber das Medikit da drüben snack ich mir dann. Cookie liegt hier jetzt mit Mojo an, aber lässt sich nur hauen und läuft dann weg. Der möchte sich lieber von mir schlagen lassen. Ja, kann man machen. Dann sagt Mojo aber nein. Und ja, das war's für Cookie. Oh, da werde ich aber gesandwiched gerade. Und die Filo schleicht sich da so einfach durch. Mojo versucht abzuhauen, kriegt aber da einer rauf, kriegt noch eine von Filo und von mir. Und hat damit auch das Zeitliche gesegnet. So, mein Schätzelein gegen mich. Schlagabtausch. Aber, oh, da kommt noch ein Medikit. Und ich drehe vom linken ab. Und ja, das rechte hab ich auch gekriegt. Dann haut die Filo zu, dann hau ich zu. Dann hau ich noch mal zu. Und ratze bumm. Kabuzki. Ihr müsst euch mal Medikits holen, Leute. Kann ja nun auch nichts tun. Jaaa. Wir schießen in die Luft. Rute bong. Rute bong. Rute bong. Was schießt der denn? Oh, I solved it! Das ist Ach, das ist wieder diese Kack-Map, diese Mini-Kack-Map. Ja, 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 ich bin gerade mal gespawnt, Leute, chillt doch mal eure Base, Alter. Eines unserer Ziele steht unser Beschuss. Hä, das sind jetzt höheren Zoom, oder was soll das sein? Hey, da ist er. Was ist das? Haben Sie? Wir haben volle Kontrolle über Sektor Echo. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Urteil des Gebietes. Wir haben da nicht so okay. Ja, 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 komm! Eines unserer Ziele wird angegriffen. Rache ist Blutwurst. Ja, Rache ist Blutwurst. Ja, ist klar, Alter, ey. Wir treten unsere Reserven zurück, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Oder diese muss ich mich hilfreich sein. Wie soll das ein? Aber es ist ein guter Jahrest, wenn wir jetzt einfach nicht verhäten. Ja, es hat viele Leute, das ist ein der größte Ofel von der Sarge. Ich glaube, dass die Abteilung nicht weiterentwickelt. Wichtig. Du bist ja nicht bei uns. Ich glaube, der Abteilung ist von hier. Da ist ja gar nichts. Ich glaube, da ist Oh, okay! Oh, okay! Kreisliche Verbände kontrollieren den gesamten Sektor Echo. Delta 1 verloren, ich wiederhole, Delta 1 verloren. Ich lade nach! Wir haben alle Sektoren eingenommen, wir müssen in die Offensive gehen! Ich habe einen! Du musst nachladen! Ja! Ja! Initialisieren, Angriff auf Delta 1! Truppenstärke unserer Einsatzkommandos bei 50% Und schon wieder ein schicker Loop Was ist denn mit ihm wieder falsch hier? Wie wär's wenn du nicht auf eigenen Panzer schießt, sondern auf den Gegner? Alter So ein... So, lieber Chat Jetzt wird Gebayout Jetzt So 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, natürlich fehlen 8 am Fahrzeug verursachte Schaden. Bewegt euch, es geht los! Bewegt euch, es geht los! So smart. Bewegt euch, es geht los! So, ich werde kurz den Stream neu starten, damit er den gleich normalen Titel übernimmt. Also, bis gleich!